Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Madenauge anzunehmen bei Leveling with Spin, in Tivis Fall, an dieser Stelle. Vor Quest war Grabhäuber. Und ab geht die Post. Sollte nicht allzu lange dauern. Wie es aussieht, ist er in diesem Haus hier drin. Ich zue erst mal diesen Mob. Und hier ist Madenauge. Also in diesem Häuschen hier oben. Und wir müssen ihn looten, damit wir seine Tatze bekommen. So. Oh, jetzt habe ich was getötet. Ich sollte aber zurücksetzen, bis ich beim Abgabe NPC bin. So. Quest ist abzugeben, bei Leveling with Spin. In Tivis Fall. An dieser Stelle. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach Video positiv bewerten und oder meinen Kanal abonnieren. Dazu blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und in den Kommentaren gibt es noch den Link zu meinem Twitch-Kanal. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.